Willkommen zurück zu Beyond Two Souls, nachdem die letzte Folge abrupt endete. Naja, dann bleiben wir in der Infra-Welt, würde ich sagen. Vielleicht gibt's da gute Immobilienpreise. Sicher genauso gute wie in deutschen Innenstädten. Eigentlich, wenn sie uns bemerken, sind wir tot. Kannst du denn was machen? Tendenziell nicht? Okay. Ich kann auch nicht mit denen spielen. Na gut. Vielleicht kannst du das erst. Aber da sieht er mich doch, oder? Ja, da ist sie. Na gut, stimmt. Das wird so nix. Ist er jetzt weg? Eieieiei. Schönes Light. Oh. Oh. Ah! Sie sehen uns! Los, lauf! Ah! 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 Jody! Sie kommen! Jody nein! Nein! Tut mir leid, Prinzessin. Hilfe ihm! Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein! Nein! Niemals! Ich lass dich nicht hier! Kannst du mich? Die Peter-Sonne Jody! Oder niemand kommt durch! Er hat recht. Komm Jody! Gleich. Gut. So kann er wenigstens durchkommen. Eiden hat getan, was er konnte. Eiden hat getan, was er konnte. Eiden hat getan, was er konnte. Die Peter-Sonne! Ja, gefunden! Los! Ziehen wir's durch! Wenn du das vorhin schon ziemlich bekannst. Viel Spaß jetzt! Ja! Jetzt hast du keine Zeit mehr! Ich fühle mich vor dem Tag, wie wenn du ihn war. Aber ich konnte nicht! Hörst du das? Du darfst nicht hinhören! Geh weiter! Ich konnte dich vergessen! Nein, es ist dann wirklich zu vergessen! Wer sind die? Seel! Verlorene Seel! Sie kreisen uns ein! Ich weiß! Ich hab das Gefühl, wir kommen nicht näher ran! Immer weiter! Ja, ja! Ich geh ja vor! Mein Baby! Ich such mein Baby! Hast du's gesehen? Nein! Nein, ich... Brian! 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 Hey Finn, verdammt nochmal! Zieh dich doch um, Nathan! Verlorene Seelen, wie du! Verloren sind immer nur, weil du die Wahrheit nicht erträgst! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Möglicherweise könnte das alles noch stoppen! Ich weiß, das ist nicht was du willst! Ich weiß, das ist auch nicht das, was Helen und Laura gewollt hätten! Ach, ich hab euch vermisst! Ich hab euch so vermisst! Ich will ja nicht gefühllos sein, aber das hätte er vorher haben können! Ich will ja nicht gefühllos sein, aber das hätte er vorher haben können! Ich finde es schön, dass er jetzt seinen Frieden gefunden hat, aber wir dürfen die Sache jetzt wieder in Ordnung bringen! Ich weiß doch, wer immer die Drecksarbeit machen muss! Gut, dass wir das Geld genommen haben! Ja! Ah! Das ist los! Verflückte Monster! Oh, der Dänkungsgurt werden wir tot! Was? Mein Eindänkungsgurt ist kaputt! Was? Kannst du sicher? Check die Bedienung! Check die Bedienung! Ich weiß, was ihm einfällt. Das dümmste, das war... Do it! Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Lass mich los! Ich trete! Wir injizieren Ihnen ein Neurotopsin. Darum bleiben Sie in einem permanenten Punkt. Genau dasselbe wie bei der Mutter. Das geht nicht, Jodie. Es ist zu spät. Komm schon! Komm schon! Lass mich los! Ich hab' das nie mit Absicht gemacht! Das ist ein Schlampe! Eine Hexe der Zyrs! Was macht man mit Hexen? Sie verdrängen! Ist das wieder ein Teenager oder was? Zumindest hat sie das Kleid an. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Leben! Jodie, diesmal geht scheißig Ärger! Nehmen wir mein Kind zu verlieben! Ganz ruhig, Nora! Ich will sie sehen! Meine Tochter! Verdammt noch mal! Was ist denn hier los? Mein Zwilling! Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt! Wir konnten nichts sehen tun! Ich will meinen Sohn sehen! Aiden ist Ihr Zwerdingsbruder! Mein Zwilling! Mein Bruder! Wir konnten uns nicht verlassen! Unsere Seelen haben uns vereint! Ich hab' dich geliebt! Und dich gehasst die ganze Zeit! Aber du warst ein Teil von mir! Aber du warst ein Teil von mir! Wir wollen das nicht! Wollen wir dich mal auf der Haute überlegen! Wir konnten uns nicht verlassen! Wir konnten uns verlassen! Hwennig! Verwennig! Wir sollten uns verlassen! Die Zeit! Die andere Seite, eine andere Welt. Man wird zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Eiden und denen, die ich liebe für immer. Leben, fühlen, mich verlieben, alt werden, so viele Dinge, die ich noch tun will. Du entscheidest, Schatz. Es ist keine sonnendlich schwere Entscheidung. Erstmal leben wir. Irgendwann kommen wir schon noch ins Jenseits. Ich meine, gut, sie hat schon viel durchgemacht, aber vielleicht kann sie es jetzt auch noch ein bisschen genießen, wenn das Ganze vorbei ist. Wenn sie es denn überlebt. Sieht so aus. Wir, wir leben. Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Ich glaube, ich bin so arbeitslos. Eiden? Ist er weg? Ich bin so LER. Ich bin so LER. Ich bin so von LER! Oh, einer hätte auch sterben können. Ja, aber immerhin 88% haben das auch geschafft. Leben gewählt, 81%. Ich meine... Dawkins überzeugt, okay. Das hätte also auch anders laufen können. Ja, hätte sie erschießen können wahrscheinlich, oder was weiß ich. Und wir haben es geschafft, die Beta-Sonne zu deaktivieren. Naja, mach ruhig weiter. Zum letzten Kapitel. Dem Epilog. Seitdem die Beta-Sonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Auf... Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. Drei Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht doch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten. Zur Aufklärung dieser schütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Eidl. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Ich vermisse ihn furchtbar. Das hat zumindest funktioniert. und ich weiß, was ich tatsächlich noch nicht in Blaze. Diese Ohnmacht... Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Hey, du kannst entscheiden. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum. Um zu hören, was ich fühle. Zeit für neue Erinnerungen. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es. Dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber... Sie waren nicht stark genug. Wir sind auf jeden Fall. Der Schraub ist schmutzend. Der Schraub ist auf jeden Fall. Der Schraub ist nicht ruhig. Der Schraub ist nur noch auf jeden Fall. Der Schraub ist defensiv. Das Schraub ist doch nicht irgendwo. Der Schraub ist ja noch gut. Der Schraub ist doch nicht so alles. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war doch schön. Ein schönes Finale. Was Lust auf mehr macht. Hoffentlich bald, dann ab 25. Mai innen an der Nachfolge Detroit Become Human erscheint. Und da hoffen wir natürlich auf ähnlich gute Unterhaltung. An die wir dann beide komplett ungespoilert rangehen werden. Weil wir es ja beide noch nicht kennen. So ist es. Wir hoffen natürlich auch, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja. Auch wenn es nicht immer 100% professionell ist. Darum geht es ja nicht. Genau. Das macht ja jeder anders. Und darum ist es ja gerade so interessant, sich auch manchmal mehrere Let's Plays anzugucken vom selben Spiel. Weil es gerade Westspielen wie diesem hier ja doch so ist, dass viele Leute halt andere Entscheidungen treffen. Kann man sich genauso auf das Jenseits entscheiden können oder zum Schluss für einen anderen? Mann. Oder für Zoe zum Beispiel. Zoe wäre allerdings auch interessant gewesen. Aber ich wollte das Ende mit Jay sehen. Ich finde auch, dass er am besten zu ihr gepasst hat. Ich weiß nicht, Ryan war irgendwie... Sie hat ja gesagt, sie hatte nicht... Also ihre Gefühle für ihn waren nicht stark genug. Ich würde sagen, sie waren stark genug, nur im negativen Sinne. Also... Ja, letzten Endes haben die zu viele schlechte Erinnerungen. Zusammen. Das ist das Problem, die man ja nicht abschalten kann. Ja. Ich meine, gut, sie hat ja auch die Erinnerungen an dieses Vieh, was sie verbannt haben und die Großmutter und der Vater sind gestorben von Jay. Aber es ist doch eher eine positive Erinnerung, weil sie es geschafft haben. Und ich glaube, bei ihm wird sie eher Ruhe finden und... Ist ja auch schön abgelegen. Hm? Die Farm ist ja auch schön abgelegen. Ja, genau. Da findet sie die CIA vielleicht auch nicht so schnell, also... Ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung gewesen für Jodie. Es mit Ryan wäre schwierig geworden. Obwohl eigentlich die ganze Story darauf hinarbeitet, dass sie am Ende Ryan nimmt, habe ich das Gefühl. Du wirst immer wieder zu ihm hingedrängt. Das ist so richtig. Aber ich bin gespannt, ob sie in Detroit dann auch wieder auf hochwertige Schauspieler setzen. Weil hier hast du ja wirklich ein paar Hochkaräter drin gehabt. Ja, ich glaube, die sind dort nicht ganz so berühmt, aber... Aber es ist wieder mit Motion Capturing, oder? Ja, ja, komplett. Also ich mag es halt, dass sie so viel Wert auf Story legen. Es mag viele geben, die sagen ihnen, ist das zu langweilig oder wie eine Art klickbarer Film. Aber... Also für mich, die nicht oft Videospiele gespielt hat bis jetzt, ist es angenehm... Ich will nicht sagen einfach. Es gibt schon Passagen, die ein bisschen tricky sind. Aber es ist auf jeden Fall gut spielbar, auch für jemanden, der keine große Erfahrung hatte. Und es ist halt einfach sehr emotional. Und das mag ich. Mit diesen Eindrücken würde ich sagen, verabschieden wir uns für dieses Let's Play. Hoffen, ihr seid beim nächsten Let's Play dann auch wieder mit von der Partie. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Bis zum bitteren Ende. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss. Ich sage auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.